ach da ist noch da hat sich noch ein skelett versteckt kommen doch mal her hier so dann haben wir jetzt die nächste reihe fertig werde ich jetzt noch mal eins zu verbreitern genau bedeutet das kommt hier ruhig mal so und dann noch mal hier ein paar holzstämme selber auf der anderen seite auch ich weiß nicht ob das so gut wird das ist auf jeden fall jetzt ein anderer ansatz als damals das boot angefangen habe das ist auf jeden fall viel viel geräumiger dann so jetzt so und so jetzt hier halt nach oben nicht ganz nach oben also nicht ganz bis hier hin bitte da muss ich jetzt auf die anderen seite wieder so hier und dann perfekt so wie sehen die nächste ebene auf dieser ebene sei ja dann auch dann die eichenholz stufen hin daher mache ich das hier jetzt mal so zu ändern auf dieser seite und dann ja weil das halt nach hinten hin kann ja so nicht bleiben das wird ja auch noch mal nach vorne und hinten umgeändert aber von der seite her passt das dann glaube ich schon mal so wird dann auch größer als gedacht eigentlich hatte ich nur ein kleines wort für den anfang geplant aber ja ich muss mich ja daran nicht halten sehr schön ich brauche und holz ich habe zwar noch zweit ich mache ich das da hin und da ich eh mein jetpack gleich brauche ich das da hin gut ja heute ist wieder ich habe zwar hier auf die schnauze ich möchte das boot wirklich aus eichenholz habe er wird nicht wird vielleicht auch erst mal nur das einzige boot aus eichenholz ich habe auf jeden fall ein riesengroße schiff neu geplant zu bauen und da das wird zum beispiel ja anders wird sein welches das verrate ich noch nicht könnten wir hier oben ein paar bauideen wenn ihr wollt in die kommentare schreiben dass ich irgendwas dass wir mir im bild da links und bild reinschickt und dann sagt ihr bitte baue das oder das und mein kauf bild dann versuche ich das dach zu bauen aber ich würde es nicht eins zu eins kopieren ich würde mir das bild ansehen und so gut wie ich es kann natürlich nachbauen aber auch ein bisschen was eigenes mit reinbringen könnt ihr gerne machen ihr könnt mir auch gerne mal ein paar gesprächsthemen in die kommentare schreiben worüber ich sprechen soll es würde aber dementsprechend erst ein bisschen später ankommt weil ich weiß nicht wie lange ich hätte vor produziere habe ich ja schon gesagt aber ja so ein schiff kann man ja immer noch bei einem gesprächsthemen kann man immer noch ansprechen wenn ihr versteht was ich meine da ja ja warum nicht bäume anpflanzen ist so viel weil so viel mehr habe ich leider jetzt ohne mehr vielleicht gleich anpflanzen und gleich abholz also wachsen ist ein großer baum sehr schön da seht ihr wie viel holz es gibt obwohl hier der sitzende ist dann so unnötig hier welche wir kommen ein großer baum der will nicht wieso lasse ich das man hier auf dem berg ja manchmal dahin ich habe auch nur fünf knoom hier steht ja hier ist noch ein baum gewachsen in zehn minuten zirka welchen auch die aufnahme dann werden erstmal habe ich dann drei parts aufgenommen und ich denke mal drei parts ist schon mal ein guter anfang es werden auch längere aufnahmen dann was sehr wahrscheinlich wiederkommen und es ist es ist halt einfach geil dass der Hype wieder da ist auch wieder zwei Knochen bekommen so stehst mich jetzt hier nicht so stehst mich nicht es ist einfach geil dass der Hype wieder hier ist dass er den Weg nach Hause gefunden hat damit kann man halt sehr sehr viel anfang so das holz wird hier noch alles gedroppt sehr sehr schön ich kann ich auch mal hier so ein bisschen reinfliegen dass ich wenigstens das heute schon mal mitnehmen kann ja ich habe mir kalt noch ein bisschen naja das holz kriege ich auch auf jeden fall schon mal alles hier mit das ist dann wieder über ins deck sehr schön ob das dann letztendlich reicht kann ich nicht sagen ich glaube das reicht aber nicht aber ich komme damit schon mal ordentlich weit kann ich noch mal in dem party und ich loslegen hier einen Knochen hier habe ich noch war klar das ist nicht müssen jetzt so bevor ich hier raus stotziere vier spinnen ich kann mal kurz von oben alle tüten das ist eine spinne gespawnt perfekt so wechseln zu dem hier dann geht es hier weiter doch schöne musik im hintergrund ist das jetzt mario k7 stimmt habe ich auch erst vor kurzem mal wieder endlich gezeigt denn ja es war vor kurzem rené da kennt ihr vielleicht auch manchen minecraft videos ich weiß nicht ob er schon mal dabei war doch er war schon öfters er ist schon lange mit dabei gewesen minecraft online damals auch schon und mit ihm habe ich auch vor kurzem port 2 aufgenommen jetzt schon ein bisschen länger her aber das läuft halt momentan bis zum zeitpunkt also zur aufnahme dieser aufnahme hier aber auch damit schon diese aufnahme wird das immer noch laufen und ja er war bei mir zu besuch ich habe ihn abgeholt und auch wieder dann hause fahren und da haben wir mal habe ich mit ihm mario k7 wir haben beide schon ewig kein mario k7 hat sich gezockt also einfach mal eine geile idee das hat mir ja viel fun gemacht auch in jedenfalls das hören sollte es danke noch mal für den tollen tag mit dir es war einfach geil manchmal so es ist jetzt schwierig das hier auszubügeln ich glaube ich krieg das so einigermaßen hin so ich brauche ein bisschen erde ich muss mich hier mal ein bisschen hochbauen ich glaube mal das passt so kann das sein ja drauf dann halt alles soweit das kann man so anbieten ja 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 vielleicht tanzt dieser heute stammt noch ein bisschen aus der reihe aber das ändern wir schnell machen wir das so rum genau sieht das schon viel viel besser aus das gefällt mir sogar ein schiff was mir gleich gefällt erlebe ich nicht alles erlebe ich nicht alle tage wollte ich sagen das habe ich gerade gesagt ich weiß es nicht ich muss jetzt gut aufpassen dass ich das hier genauso im krieger hier auf der anderen seite aber mit mal galaxy musik klappt das doch ich muss auch erst mal überlegen ja stimmt hier könnte man ja mit der achs auch erde abbauen ja ich auch nicht mehr ganz so wie ich wusste so dann das hier diese seite ist fertig das ist sowieso in der rumpf hinten finde ich genau weil man muss ja sowieso auf der seite anderen seite dann rausfahren der passt das auch so was vielleicht noch nicht schlecht wäre dass ich das noch ein bisschen erhöhe vielleicht wäre es doch besser gewesen dass ich das anders gemacht hätte und zwar folgendes problem ist halt dass das jetzt hier nach außen und wenn ich hier mal mein jetpack jetzt noch mal dazu ziehe es ist zwar es ist sehr so breit man müsste das noch mal ein bisschen nach oben ziehen könnte ich natürlich machen hat es ja noch größer sollte eigentlich nur ein kleines boot werden auch von der länge her daher werde ich es noch mal so noch mal abreißen hier diese reihe kommt weg ganz einfach was wird da raus daraus wird es voll das so halt dasselbe nochmal so zu sagen hat eine ebene höhe also von dieser ebene wird das übertragen auf diese ebene und dann ist das auch ein bisschen massiver das hier theoretisch könnte man immer noch so lassen ja das kann man so lassen dass ich das hier außen so umändere warum ist hier ein holzblock ich weiß es nicht ich kann mir kannst es leider auch keiner sagen ach hallo Skelett woher kommst du denn her du kleiner so ich gehe einfach mal kurz schlafen dann ist wieder Tag und dann passt das wieder so perfekt ich brauche immer noch das heute hier darum kann ich nicht springen Hunger habe Hunger Hunger ja dann esse ich mal was damit ja Hunger Hunger das ist doch nicht einig aber ich habe ja immer noch hier auch noch mal Salz dahin sammeln perfekt dann geht das halt hier ach so auf dieser Seite habe ich das schon gemacht warum kommen jetzt gerade da habe ich das nicht gemacht das ist hier falsch und das hier ist glaube ich richtig so so sieht es ja schon auch meines Besseren auch ein bisschen dünner sieht man und dann ist das besser eine Bootsform sozusagen und auf die andere Seite was ich hier gemacht habe kommt halt da jetzt auch hin weil es ist einfach nur ein Boot soll es einfach sein wo man ja oder ein kleines ja es ist eigentlich eher ein kleines Schiff ja ich gebe zu es ist ein kleines Schiff weil man halt hier auch dann runtergehen kann hier ist was vielleicht eine kleine Schlafkajüte sein oder so keine Ahnung mal sehen wie ich das hier gestalten werde wir werden ja auch mit dem Boot und mit dem Schiff Bootschiff heute noch nicht fertig also das ist sowas auch unwahrscheinlich dass wir heute hier fertig werden dann muss ich gleich mal auf der anderen Seite schauen das ist hier unten da habe ich zwei zwei breiter auch Skelett dein Ernst also ich habe es da auch so jemand ich muss mal kurz das Skelett eliminieren seine Schäle brauche ich nicht so hier auch perfekt kann ich das hier auch hochziehen perfekt ich sage es ja sehr viel perfekt das finde ich nicht so perfekt aber nein obwohl das hier brauchen wir glaube nicht doch das bauen wir das brauchen wir das brauchen wir eigentlich hier muss so und dasselbe da auch das hier kommt weg das ist überflüssig Moment da ist ein Sonnending das ist hier jetzt komisch da geht es direkt da dann weiter so so richtig genau das hier ist eins nach oben aha ich glaube ich habe hier einen Fehler hier von dem ich gemacht habe das hier kommt dann auch so und dann so Moment hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht von oben passt es ja jetzt schon mal so von der Seite sieht das jetzt auch schon viel besser aus gut und dann werden wir jetzt anfangend die Stufen hier rein zu verlegen wie gesagt anfangen Betonung liegt auf anfangen weil die Aufnahmesession ist jetzt auch so langsam vorbei es hat mega viel Spaß gemacht es ist schön hier wieder voranzukommen und mit Mods zu spielen vor allem die Mods alter sonst habe ich immer nur normales Minecraft jetzt hier gezackt ohne Mods dann habe ich das jetzt mal mit Mods gezackt wirklich im Let's Play sonst gar nicht sonst gar nicht außer Lady Mods ja aha wenn man es ganz genau nimmt dann ja aber mit so viel Mods halt der Medgincator ist ja bei Lady Mods bei mir auch immer drin so jetzt beim nächsten Mal holen wir ein paar Steinstufen noch dazu und werden den Rest dann hier machen und dann hier oben und alles einrichten und wer weiß dann kriegen wir es vielleicht auch hin wirklich dass das Schiff raussehen kann und dort Karte müssen wir dann naja ein bisschen weit fahren wir müssen hier durch das Sumpfbiom durch so dass wir dann da hinten ankommen bei unser bei unserem Hafen später habe ich ja vor dass hier dieser Fluss hier ausgebaut wird dass wir auch hier so durchfahren können dass wir hier nicht so drum fahren müssen macht keinen Sinn genauso wie dieser Fluss hier ausgebaut werden soll dass ich hier rüber komme dass ich hier nicht über Spanien fahren muss Alter stimmt hier diese Ecke könnte man so hier Deutschland hier Frankreich hier Spanien Luxemburg und so Alter das ist ja mega krass ist mir nie aufgefallen natürlich hier ist dann kein Ozean in Europa hier ist Asien hier könnte Italien sein das Mittelmeer vielleicht nennen wir das hier auch das Mittelmeer ist mir nie so aufgefallen aber geil zu wissen geil zu wissen wie gesagt im nächsten Part geht es weiter wir werden dann auch im nächsten Part nochmal unsere Rüstung aufladen müssen zumindest die Schuhe die haben nicht mehr so viel Energie weil ich immer von oben nach unten falle aber egal bis dahin viel Spaß euch noch schalt wieder ein und tschüss